Hähda! So mancher sagt es mit Blumen, so mancher sagt es mit Sternen, aber kaum wer auf der Erde sagt es mit Robotern. Ja, der Roboter-Boogie lässt die Roboter-Hipster hüpfen oder hoxen, holt ihnen Energie aus den Zellen wie ein Infrarot-Hot-Doc. Motorrad-Herzschlag zittert und gewittert, wenn ein Roboter-Rockstar rangeht mit nem noch streifen Lied, bis der Mohnenschein glüht. Piep, 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 noch mal alles, aber voll! Denn dieser Roboter-Boogie gibt die Roboter-Rock'n'Roll! Lass mich schnell mal laden! Madden, Sugarman und Henrietta Holocaust zeigen dir, wie steht, was geht in der Roboter-Welt. Das geht ab, das dir fällt! Stockstein-Henzy-Klein kauft sich einen Roboter, wir wollen Spaß, dafür brauchen wir Persönlichkeitszellen! Noch heut' bestellen! Piep, piep, geht noch mal alles, nächste Runde! Denn dieser Roboter-Boogie ist der Hit in der Radio-Roboter-Stunde! Ah! Musik So mancher sagt es mit Blumen, so mancher sagt es mit Sternen, aber kaum wer auf der Erde sagt es mit Roboter. Musik Ja, der Roboter-Poogie ist schon bald auf Nummer 1 in den Charts, 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 ganz normale Leute heute, 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 heute wurden Plattenkäufer, Robofans. Musik Die Sender programmieren ihn nonstop in die Wellen, das geht ab, das geht los, wie ein Todesstoß, wie Hawaii mit Toast. Ja, piep, 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 noch mal alles, aber voll, denn dieser Roboter-Poogie gibt die Roboter-Rock'n'Roll. Ja, piep, 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 piep. Ja, piep, 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 piep Untertitelung des ZDF, 2020